Hallo, hier ist der Sweetchecker und ich werde euch heute eine Süßigkeit vorstellen, die ich vorher noch nie gegessen habe. Das Ding heißt Crunchy One. Ein Meal Replacement, also eine Nahrungsergänzung. Ein Replacement ist eigentlich ein Ersatz, also ein Nahrungsersatz. Wow, das sieht aus wie so ein Schokoriegel. Vanillakaramell soll der Geschmacksding sein und kommt von Best Body. So Crunchy mit 21 Prozent Protein und das ist also ein Proteinriegel und wahrscheinlich für ganz starke Leute, die auch mal ganz oft ins Fitnessstudio gehen. Ich gehe nicht im Fitnessstudio. Nein, ich esse Süßigkeiten. Das ist so ähnlich. Ich habe keine Ahnung, wo ich es nicht habe. Ich habe den irgendwo mal geschenkt bekommen. Ich will mir nicht so ein scheiß Ding was kaufen. Habe ich das gerade laut gesagt? So, das riecht immer gut. Da ich heute noch nicht zu Abend gegessen habe. Hmm, Meal Replacement. Es riecht ganz süße Vanillen im Schokolade. Da dachte ich das. Das ist aber ganz lecker. Also Vollmilchschokolade und Vanille. Vollmilchschokolade mit Vanille hinten dran. So soll es ja auch draufstehen und Karamelle auch drin sein. Ich bin sehr gespannt. Wow. 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 Habe ich schon Frau gesagt? Also. Oh, lecker. Ja. Das ist keine Nahrungsergänzung. Das ist ein Nahrungsersatz. Das ist sehr ähnlich wie so ein Lion von, ihr wisst schon wer. Und da ist Karamell drin. Das sind diese Crunchy Dinger, die man auch von Leinen her kennt. Die kleinen Knips ist hier. Knips. Dieses Karamell klebt wie die Hölle. Und das Ding ist auch richtig fest. Und man kaut da dran. Und ich glaube, das ist so nah wie so ein Steak. Oder zwei. Oder drei. Und geschmacklich eigentlich richtig cool. Also wenn er jetzt Proteinriegel reinschmeißen möchte, das ist glaube ich ein richtig guter Ersatz dafür. Und wenn man nicht mehr zu essen möchte. Also mal abnehmen möchte. Also wenn ich nichts mehr essen möchte, kann man sich sowas reinpfeifen. Ein Proteinriegel. Von Best Body. Crunchy One. Ja. Ich weiß ja, ob ihr ins Fitnessstudio geht und dann auch irgendwie so ein Zeug hier isst. Das ist ja auch mal eine ganz andere neue Art. Also sowas habe ich noch nie gegessen. Also es schmeckt wirklich wie so ein Ryan. Also wirklich so ein Schunkeriegel. Hat jetzt so Karamell und dieses Krispie-Zeug und Schokolade rumzu. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Ding. Und wenn das jetzt ganz viel Protein hat und auch total gesund vielleicht für so einen Muckimen, dann ist das vielleicht eine hervorragende Real-Replacement. Ja, probiert es mal aus. Schreibt mal in die Kommentare, wie stark ihr euch dabei fühlt. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.